Jürgen Klopp und ist bedient. Es bleibt halt dabei, er kann einfach nicht gewinnen, wenn dieser Flutlichtreporter im Stadion ist. Und dabei wollen andere sich meine Aura schon zunutze machen. Ich habe glaube ich 50 Spiele von Jürgen Klopp auswärts gesehen, er hat nie gewonnen. Ja, aber jetzt in der Zukunft unsere nächsten Gegner, Slomka auch dabei gewesen. Nee, es war nur Klopp. Dann sind sie herzlich in den Off eingeladen. Danke. Oh, leck mich an den Arsch. Wirklich ohne Witz, der Bieren-Hinn-Höse-Geme, da habe ich Bock drauf, wie zu handeln. Hast du vor dem Spiel auch so blöd lachst? Musst du hierher oder was? Steht ja echt nicht. Seuchenvogel. Da habe ich schon einmal einen Punkt geholt oder irgendwas gemacht, wenn du da warst. Ich habe 50 Leute beim SWR und du kommst, um Spaß zu haben und lachst mich vor dem Spiel noch. Du mir leid, kannst dich auch nicht ändern. Ich kann auch nichts dafür. Ja, und deswegen gibt es auch keinen.